Wir feiern heute vom Tiffany. Wir gehen zum Anstich und ich freue mich riesig. Ist ein bisschen kalt. Ist dir kalt? Ja, aber wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Nein. Seid ihr schon in Wiesn-Stimmung? Ich hoffe gleich. Also bis heute morgen war ich noch nicht in Wiesn-Stimmung. Jetzt mit dem Dirndl und so fertig gemacht vom Store auf jeden Fall. Ich bin gestern angekommen noch für einen komplett anderen Job. Hat auch mit Wiesn gar nichts zu tun gehabt. Und jetzt, im Grunde genommen bin ich jetzt seit 10 Minuten in dem Kleid und ja, kann losgehen. Prominentesten Bilder aus München.